Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen und allem voran, liebe Junglandwirtinnen und Junglandwirte, euch begrüße ich heute ganz besonders, denn ihr seid die Zukunft. Eins kann ich euch hier ganz ehrlich sagen, es geht hier um was. Und deswegen habe ich mir richtig viele Sachen aufgeschrieben. Aber ich lasse die jetzt in meiner Tasche, weil ich wäre nicht die Bundesvorsitzende der Landjugend und würde hier für 100.000 junge Menschen und auch stellvertretend für 20.000 Jungwinzerinnen und Junglandwirte stehen, wenn ich das nicht frei und aus vollem Herzen auch so tun könnte. Ich bin Theresa Schmidt, 27 Jahre jung und Hofnachfolgerin aus Nordhessen. Und bis letzte Woche, ich kann Ihnen sagen, da war ich mir auch sicher, dass ich in 15. Generation, unseren Familienbetrieb gibt es seit 1555, diesen übernehmen möchte. Und was ist jetzt? Jetzt stehe ich hier vor euch und weiß nicht, ob ich zukünftig, genauso wie viele Junglandwirte hier unter uns, von der Landwirtschaft noch leben kann. Dass die Bundesregierung hier mit unserer Zukunft spielt, bei wirklich sinnlosen Kürzungen, wie bei der Agrardieselrückvergütung oder auch bei den Steuererleichterungen, die zu streichen für die grünen Kennzeichen, das ist ein absolut falsches Signal. Die Politik macht wirklich gerade alles, um unsere Zukunftsperspektiven zunichte zu machen, statt uns einfach eine Zukunft zu ermöglichen. Wie soll die deutsche Landwirtschaft unter solchen Bedingungen in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein? Wo wir sowieso schon die Tierhaltung schrittweise abschaffen, nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sollen wir jetzt auch noch bei der Erzeugung unserer Lebensmittel im EU-weiten Vergleich absolut den letzten Platz belegen, nicht mit uns. Ich kann Ihnen sagen, die Jugend macht da nicht mit. Keine Agrardieselverteuerung aus dem Hinterhalt. Das ist eine ganz miese Nummer. Und ironischer, das müssen wir uns auch mal vor Augen halten, könnte eine Kürzung ja gar nicht sein. Klimaschädlich ist der Regierung nicht bewusst, dass wir so viel mehr Billigimporte aus dem Ausland einfahren, die auf viel längeren Transportwegen, also auch mit viel höheren Emissionen, hierher gebracht werden. Und ich sehe hier auch zu Recht die Bilder, ich will noch Landwirt werden. Ja, das wollen wir auch. Wir wollen in Zukunft Landwirtschaft hier in Deutschland weiter vorantreiben. Wir sind innovativ, wir sind mutig, wir gehen voran. Ja, wir wollen was verändern, aber wir werden nicht gelassen. Und ich lese hier vorne auch ein Schild. Ich bin kein Bauer, trotzdem stehe ich hier, weil es unserem Land so nicht weitergehen kann in unserem Land. Und das finde ich ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Denn egal wo ich bin, ich höre es von unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die wissen, dass wir hier für faire Bedingungen kämpfen und letztlich wird es auch auf die Konsumenten übertragen. Und die zahlen einen höheren Preis. Wir müssen hier jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen. Und ich habe auch noch ein paar Botschaften mitgebracht. Einmal, natürlich stellvertretend für die Bundesregierung, habe ich eine Botschaft für Sie, Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Ich erinnere mich wirklich noch gut an Ihre Rede auf dem Deutschen Bauerntag. Da haben Sie wirklich von einem Schulterschluss mit der Landwirtschaft gesprochen. Und Sie haben auch von fairen Bedingungen und von Planbarkeit gesprochen. Denn das brauchen wir, Junglandwirte, Planbarkeit, damit wir auch in Zukunft noch das Essen auch für die Bundesregierung erzeugen können. Und mit Blick auf den Bauerntag frage ich mich natürlich, was ist seither passiert? Und das ist kaum etwas bis gar nichts. Und das darf nicht so weitergehen. Ja, Sie haben bei Ihrer Vereidigung gesagt, Sie verstehen sich als Anwalt für die Landwirtinnen und Landwirte. Und da frage ich mich auch, wo waren Sie, als diese sinnlosen Kürzungen verhandelt worden sind? Wir machen frei. Herr Aiwanger kommt durch. Ich habe auch eine Botschaft für Herrn Lindner, der heute nicht hier ist. Vielleicht liegt es ja daran, dass hier so viele Landwirte gerade Berlin auf den Kopf stellen und dass er da ein bisschen kalte Füße bekommen hat. Ja, ich bekomme... Ich bekomme auch kalte Füße, wenn ich an meine Zukunft denke. Und an die Zukunft von vielen weiteren tausend Landjugendlichen und Junglandwirten und Jungbinzern, die in Zukunft hier noch Leben und Landwirtschaft betreiben wollen. Und auch wenn ich an Herrn Scholz oder auch an unseren Vizekanzler, Herr Habeck, denke, habe ich eine klare Botschaft. Ich weiß noch genau, als wir hier vor vier Jahren standen beim Brandenburger Tor. Danach wurde aufgrund von fehlender Wertschätzung in der Gesellschaft, aber auch von fehlendem politischen Willen, die Zukunftskommission Landwirtschaft eingesetzt. Und jetzt, zwei Jahre später nach den Ergebnissen, sind diese immer noch nicht zufriedenstellend umgesetzt worden. Mit unserer Zukunft wird gespielt und das zu Lasten der Landwirtschaft und der Gesellschaft.